Musik Bereits die ersten Töne von O Sole Mio lösten bei den Zuhörern Begeisterung aus. Wissen Sie schon, von wem die Rede ist? Luciano Pavarotti, einer der drei Tenöre, wird Held der heutigen Sendung Wikivit Persönlichkeiten sein. Bleiben Sie gerne dabei und verfolgen Sie die wichtigsten Ereignisse aus seinem Leben. Luciano Pavarotti wurde am 12. Oktober 1935 in Modena geboren.